Kessner. Rechtsstaat darf kriminellen Asylbewerbern gegenüber keine Schwäche demonstrieren. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kessner kritisiert die Aufweichung rechtsstaatlicher Mittel bei schweren Straftaten krimineller jugendlicher Asylbewerber. Der Rechtsstaat hätte es in der Hand, doch er demonstriert kriminellen Asylbewerbern gegenüber viel zu oft Schwäche statt hartes Durchgreifen. Beispiel hierfür ist der Fall des 17-jährigen Syrers, der in Burgwedel, Hannover, eine junge Frau lebensgefährlich mit einem Messer verletzte. Die Anklagebehörden gingen bei dieser Tat nicht von einem Mordversuch, sondern zuerst von einer versuchten Tötung aus, bis man schließlich von gefährlicher Körperverletzung sprach, die einen Mindeststrafmaß von lediglich sechs Monaten vorsieht. Jens Kessner wundert sich über den Hinweis der niedersächsischen Gerichte, dass es im Vergleich zum Vorjahr nur halb so viele jugendliche Straftäter mit Migrationshintergrund gäbe und somit auch deutlich weniger Verurteilungen. Zahlen des Landeskriminalamtes belegen hingegen eine Zunahme schwerer Körperverletzungen, begangen von eben dieser Tätergruppe. Die 24-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt, wurde ins künstliche Koma versetzt und erst jetzt geht es ihr langsam besser. Dass sie nicht durch weitere Messerstiche tödlich verletzt wurde, liegt daran, dass der Täter gestört wurde. Andererseits wäre die Frau jetzt tot, erklärt Kessner. Die Fragen, wieso Gerichte den möglichen Strafrahmen so selten ausnutzen und wieso Urteile gefällt werden, die Tätern demonstrieren, dass dieser Rechtsstaat eine harte und nötige Konsequenz nicht einfordert, werden sie insbesondere die überlebende Opfer stellen. So Kessner. Liken, abonnieren, verbreiten.